hallo liebe leute jetzt ist der guzua wieder mal alleine da ja genug besuch gehabt hier zack hauen wir noch mal ein bisschen gems raus hier so muss das sein wir haben schon 3,2 millionen also effektiv knapp 4,2 millionen da muss doch noch ein bisschen was gehen ich will auf jeden fall beide exposed zeitgleich ich möchte nicht warten ich möchte sie wirklich beide zeitgleich hoch hauen beziehungsweise überhaupt erst mal bauen und das ist definitiv machbar das ist definitiv drin mit der 3er queen jetzt muss ich bloß halt ein bisschen loot bekommen und dann so wäre halt ziemlich geil würde ich sagen aber der ist halt ein bisschen hardcore so reicht mir es würde grundsätzlich reichen wenn ich das gold halt auch bekommen würde aber das ist halt ein bisschen schwierig 3 rage wieder dabei und dann passt das zu weit auseinander leider hier haben wir natürlich noch mal schön ein bisschen mal dunklet aber das kann mich jetzt auch nicht wirklich locken alter das lockt mich 1 doch der muss der muss gehen doch der muss gehen hier zack 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 und jetzt haben wir die möglichkeit zusätzlich auch noch mal ein paar barbaren einfach zu setzen und natürlich gleich mit ein paar bogies hinterher dass ich halt wirklich einfach zeit spare ganz klar es ist halt hier wirklich einfach reine zeitversparnis dass die queen sich da nicht so lange aufhält ich glaube ich habe ich habe ein 5er golem in einer cb der mir hier nicht wirklich viel hilft meiner meinung nach oh jetzt sehe ich gerade magier die halt garantiert auch auf mich rauf splashen so gucken wir mal ein bisschen Ablenkung mit den mauerbrechern vielleicht gar nicht so verkehrt zack zack sehr gut die liefen super gut also nahezu genial Jetzt gucken wir mal klar kann der king natürlich jetzt echt noch sehr gut sehr gut der king geht schön auf dem ohr super gut also der golem hat es auf jeden fall gebracht hier komm schnell 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 ah mist voll hardcore erwischt ey würde ich sagen jetzt kann aha super gut super gut gewesen so jetzt muss ich hier die mauerbrecher okay jetzt sind ich sehe es gerade die heiler sind gerade halt echt alle auf den golem da muss ich halt jetzt echt gucken da muss ich halt jetzt echt gucken ja ganz ehrlich das ist echt so ein lauf der halt richtig gut läuft normalerweise halt wirklich diese riesige gefahr golem wird halt von den heilern halt beschützt oder hochgeheilt und das war es dann hier einwandfrei schön geteilte fronten die queen geht dem golem hinterher richtig nice ganz ehrlich das ist der mega fight so muss es laufen echt und wenn die queen dann noch dem golem eventuell wirklich den weg frei sprengt beziehungsweise frei ballert das wäre halt mega geil dass wir halt wirklich noch dieses ey ah schade jetzt gehen sie wirklich komplett auf den golem gucken wir mal aber wenn die queen sich im hintergrund hält dann geht es dann reicht es hier noch dann da und dann könnte es sein dass der golem sich halt klar der macht sich mit der mauer da schön und jetzt denke ich mal genau jetzt geht sie halt raus hat sich aber schon gelohnt auf jeden fall ich gehe ich probiere es halt noch ein bisschen weiter hier die sitzt halt ewig an der mauer jetzt geht es raus gleich noch ein bisschen was mitnehmen aber viel wird da nicht gehen aber es könnte sein dass der golem halt noch raus rennt ne komm komm die wird mir hier noch die von der tesla gut super also das war ein guter guter fight schade halt dass die queen nicht noch ein bisschen von den anderen truppen halt von den heilern ein bisschen mehr geheilt wurde aber läuft ach so wir gucken mal kurz in den cw rein der vorbereitungstag ist nämlich genau haue ich den ersten cw angriff nämlich einfach mal raus mal gucken wer sich als erstes traut und dann sehen wir das gleich mal ob hier verhauen wird oder nicht kampftag da sind wir gleich mal drinnen mal gucken da greift schon jemand an von 18 auf 18 da sind wir mal gespannt ja ok mit dragos bist du da ganz gut dabei denke ich ja genau hier jetzt schön drache gekillt ja der hat den luftfeger halt wirklich gar nicht verkehrt gestellt muss man ihm wirklich halt mal zugute lassen aber ganz ehrlich klar keine chance für die base ganz klare nummer aber luftfeger war halt wirklich gar nicht so verkehrt gemacht dass der halt wirklich noch von der anderen luftabwehr halt weggepustet hat aber hier ein totaler overkill auf jeden fall das ist ganz klar also damit hätte man die doppelte base größe sozusagen locker geplättet also ganz 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 easy schöner three star passt hätte mich auch gewundert wenn das jetzt hier anders gewesen wäre 15 auf 15 richtig ja genau gucken wir mal alter grad richtig pecker action hier schnell rein mit den peckers genau schön schnell die mauern kaputt machen hier golems am tanken mal alter verwalter da geht einiges so ah schade peckers gehen wieder raus und werden auch nicht mehr reingehen da ist einfach wirklich zu viel draußen king ist noch da genau und ist auch noch nicht geraged also two star wird auf jeden fall ganz klare nummer hier da geht's definitiv da wird das rathaus auseinander genommen würde ich sagen da sind einfach zu viel magier unterwegs noch im positiven sinne definitiv haha ja herzlichen dank zu viele magier unterwegs so viel dazu herzlich willkommen one star der king kann noch geraged werden doch 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 das sollte noch laufen die sollten noch hier rein genau jetzt haben wir das als letztes draußen und das sollte noch gut sein hier wird schön noch auf den golem raufgehaltet auf jeden fall raufgehalten ja klar läuft aber ganz ehrlich ich hatte hier echt schon als die in die richtung scheiße scheiße könnte knappi werden nein passt also wird ein richtig schöner three star eventuell king hätte ich noch nicht unbedingt geraged aber klar du sagst ja natürlich auch die zeit von daher ist es nicht verkehrt gewesen glaube ich weil am ende sitzt da scheiße was ist mit der zeit aber hier sieht das richtig mega gut aus hier ist noch richtig ordentlich was unterwegs das passt auf jeden fall zack und dann die letzte kanone hier noch haben wir noch irgendwas draußen zu stehen ne passt okay also wirklich nur noch die kanone mit 99 prozent sehr gut gemacht king dari läuft auf jeden fall zack da kann die mauer natürlich auch gar nichts zu sagen passt schön der zweite three star 15 auf 15 passt sehr geil 17 auf 17 hier auch nochmal klar im unteren bereich wird hier richtig schön rasiert läuft so weiter geht es natürlich auch mit dem rasieren bei der queen hahaha die rasiert sich die beine und natürlich den gegner ist ja wohl mal ganz klar oh 3,4 fast das ist richtig cool gucken wir mal joo das wollen wir sehen hier wirklich richtig schön action kommt wir hauen hier nochmal die restlichen mauerbrecher raus 150 und der hat relativ wenig einzel schaden hier dann da rein alter 150 das ist echt viel also für den gegner halt also weil der gegner halt nicht so hart ist kann man sich die 150 auf jeden fall gönnen so meine ich das jetzt so schön mit dem king auch gleich reingehen zack genau so läuft das hier kann er sich warm anziehen mal gucken was ich in der cb ich habe wieder nicht drauf drauf geachtet was ja doch genau die beiden hexen die beiden hexen so ich will noch den den rage will ich noch lassen auf jeden fall vielen vielen dank für die hexen auf jeden fall an der stelle zack king geraged erst 30.000 äh ja 30.000 gold erst das ist natürlich noch zu wenig ja ich hätte fast die hexen geraged aber jetzt sind die heiler gerade auf die hexen los das ist auch nicht immer gut so jetzt dürften die hexen gleich down sein dann kümmern die sich wieder um alter die unsterbliche hexe alter verwalter es geht ja gar nicht alter was die aufs maul kriegt ey und die lebt immer noch schön heiler action pur krass so jetzt hat es dann weg so hier haben wir noch wirklich den place to be und den sollte ich auch noch klar machen ich habe noch zwei rage spells und die müssen jetzt sitzen definitiv gucken wir mal und guck mal wie wenig schaden die echt kriegt klar wir hatten nur einmal tesla einzelschaden und dann halt den splash damage vom magiaturm das passte aber das ist schon ziemlich genial echt also die taktik ist halt einfach geil one last time gucken wir mal jetzt wird es auch noch nicht kritisch na ok wieder nur zwei der hat die sachen halt irgendwie doch ein bisschen komisch gestellt für mich natürlich perfekt klar aber das halt wirklich immer nur ein bis zwei sachen einzelschaden machen das ist mega geil hier so jetzt komm jetzt müsstest du dich langsam mal in die richtung bewegen das war hier noch schön das letzte bisschen gold aus dir rausholen ja genau und dann minenwerfer dann die tesla und dann schön das dunkel hier mega fail das muss gepatcht werden sowas der name vom clan ist über meiner health point anzeige das ist somit das schlimmste was man machen kann so jetzt muss ich ragen weil der 5er king mir sonst halt wirklich ja die hose auszieht oder das röckchen in dem fall und das geht gar nicht sehr schön sehr sehr schön hier wird das noch ein schöner toolstar würde ich sagen das sollte noch reichen für einen toolstar ja genau magiaturm down dann noch vielleicht die kanone oder sowas jo passt ah guck mal hier jetzt haben wir hier doppelten schaden kommt egal da raging war nochmal hat sich von der zeit her jetzt von der zeit blödsinn vom vom alex her nicht gelohnt klar aber ich bezahle ja sonst mehr für die queen zum hochheilen und da habe ich halt auch keinen bock drauf das passt super gut zwei sternchen dazu bekommen das heißt nochmal loot 1,13 jo wir kommen der sache schon ganz nah das war es erstmal von der jetzigen folge mal gucken ich würde mal sagen hier nochmal schön was rein und dann ist das ziemlich ziemlich nice das war es für die heutige folge ich hoffe es hat euch spaß gemacht haut rein ciao ciao